in meinem community hat hatte ich ja euch zu einer woche befragt welche sachen ich da vorstellen soll und da war mitunter der hier dabei denn der hat mich schon lange interessiert weil ich ja zum typen auf dem rücken juckt mich regelmäßig und wer klemmt sich schon auf dem rücken ein aber mich juckt da stellenweise so abartig dass ich zum teil gar nicht schlafen kann und als ich gesehen habe dass nur sowas ausbringt war ich natürlich feuer und flamme und da ich auch mit den anderen produkten von nur echt gut klar kommen dachte ich mir dann probiere ich mal aus und meine zuschauer wollen es ja auch sehen und ich würde sagen wir legen los nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und du befindest dich in der review woche was bedeutet das du findest hier jeden tag um 20 uhr ein video bis sonntag schaffst du nicht zeitgleich guckst du dir einfach die playlist unter mir gibt es noch eine zweite playlist mit produkten denn die marken lieb ich einfach und mit den bodyprodukten haben sie was richtig cooles rausgebracht seitdem ich kompressionsstrumpf betrage achte ich ein bisschen mehr auf inhaltsstoffe eben auch in bodylotion und sind wir mal ehrlich auf weiter flur gab es da nicht so wirklich viel also man konnte die produkte so in einer hand abziehen mit dem rebalancing spray haben sie was richtig tolles rausgebracht ich wollte schon sehr rum sagen dann das serum habe ich auch schon vorgestellt und das ist mit dem serum so ein bisschen zu vergleichen klar sind bodyprodukte ein bisschen anders konzipiert wie tiefes gesicht ich würde mir jetzt auch nicht ins gesicht sprühen aber ich verwende das hauptsächlich für den rücken und ich bin halt jemand die haut bei mir am rücken erst trocken man sollte es kaum glauben so wie ich im gesicht immer speckig bin die haut am rücken ist bei mir trocken und das bedeutet bei mir generell immer es juckt es juckt auch immer nacht und man klingt man sich im rücken ein oder lässt sich ein krim also wenn wir haben es dann physiotherapeuten einmal gesagt oder auch kosmetikerin immer gesagt dass man die haut am rücken recht trocken aus und da funktioniert das wunderbar es nimmt den hautreiz den hautreiz das juckt müssen hautreiz es nimmt das jucken weg du hast weniger trockene haut und die heute sogar auch so ein bisschen ja die klettert der effekt ist nicht auf dauer war denn man muss es wiederholen aber ich liebe es wirklich und wir haben hier wieder ein produkt was ihm und kaffee mehr dass ich feier das denn ich möchte duft gezielt auftragen auf dem körper und nicht in diversen inhalt in diversen produkten haben was ich mir auftragen ist das hat so ein unding das können wir natürlich auch am ganzen körper auftragen und der sprühnebel ist einfach mal sind also dieser kopf ganz toll ich hoffe der hält noch eine weile weil wir kennen dass ich habe immer so ein haus spray den ich mir im viola angekauft habe und der hat dann da hat dann der sprühkopf der ist einfach irgendwann verklebt und war dann kaputt sondern und das natürlich für so ein produkt dann wo also ich hoffe es hält bis zum ende und ich kann auch die flasche im nachhinein noch mal verwenden das hat eine perfekte größe und der sprühnebel super was einfach richtig richtig toll ich habe also wesentlich klappere haut juckt weniger und ich habe es auch schon an den armen so ein bisschen ausprobiert so an den beinen brauche ich ein bisschen mehr pflege aber gerade an den stellen wo es noch so ein bisschen juckt ist das richtig tolle sache hast du andere fahren erfahrungen mit dem produkt gemacht wird mich mal interessieren schreibt mir das gerne unten in die kommentare denn das ist wirklich wichtig nicht jede haut ist anders da reichen schon nur offen und ein produkt funktioniert nicht also schreibt es gerne unten in die kommentare so kann man zuschauer eben abwägen kaufe ich das produkt oder kaufe ich es nicht die inhaltsstoffe habe ich euch auch eingeblendet dass sie man sieht was da alles drin ist und nämlich haut beruhigende bestandteile drin was echt toll wir haben hier glaube ich sogar chlorella drin bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher ich kenne es halt nur als nahrungsergänzungsmittel welche wirkten welchen wirkstoff das auf der haut hat kann ich an der stelle nicht sagen ich glaube zu wissen dass in dem serum chlorella auch mit drin war ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher wir haben auch präbiotika wie inulin was eben die positiven wie sagt man die bakterien was die bakterien auf der haut die positiven bakterien eben füttert und die negativen eben nicht und das ist auch so ein ganz wichtiger punkt das mikrobion auf der haut hat einfach bei laune halten und das schafft das wahnsinnig gut hätte ich nicht gedacht und natürlich weiß ich an der stelle noch nicht ob ich nachkaufen werde weil es ist recht sparsam und ich verwende das grad jenen hack denn es wäre schon toll wenn das so eine dauerwirkung dann irgendwann mal hätte die haut auf dem rücken bei mir hat einfach ein bisschen gesünder wird denn das ist halt eben anzeichen dafür dass die hautbarriere nicht funktioniert wenn das ihr halt eben juckt wobei ich eben auch bei meinen shampoos und co darauf achte hat eben unparfümierte dinge zu holen obwohl ich mich schon auch noch shampoos herkömmliche shampoos kaufe mit sulfaten ich reagiere da halt auf alles und allergisch besonders auch auf trocken shampoos die ich mir so ja nicht mehr hole besonders wenn ihr durch die langen haare hat auf dem rücken kommen ist eine tolle sache nimmt den juckreiz auf jeden fall weg und ich kann mir das auch gut vorstellen wenn du irgendwie so ein bisschen akne hast am rücken was das hat einfach ein toller zusatz aus einfach mal ausprobieren und gerade bei so haut sachen muss man so vier wochen dann schon gucken was in vier wochen los ist da hat sich die haut zu einigermaßen umgestellt kennst du das produkt schon schreiben auf jeden fall deine erfahrungen unten in die kommentare ich melde mich an der stelle wieder ab bedanke mich bei dir fürs einschalten gibt diesem video gerne einen daumen nach oben und hinterlassen kommentar ich bin gespannt darauf ich sag danke fürs einschalten bis zum nächsten mal tschüss